Oh, Oh, Yes, yes! Oh, 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 oh! Herzlich willkommen zu meiner folge Drang Bossy, ich wüsste mich, ich gebe ganz in meine Wenigkeit. Ist das wirklich? Boah, ich hoffe ich muss die Scheiße nicht von vorne machen. Sonst stehe ich gleich bei den dreien. Gut, ich stehe sofort bei den dreien, okay. Okay, 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 okay. Ultimativer Teamkampf. Alter, scheiße, okay. Der Trost ist kein Problem. Die sind wir clean, das ist das Problem. Mit der große Child irgendwo hinten in der Ecke. Oh, dann fick dich doch hier drüben. Ins geht's dich! Fuck. Wo sind wir? Oh, die geht's nur voll auf die Nüsse, Alter. Oh, der Shenlong, Alter! Oh, wirklich schützt die Knie, Bro. Bitch, Alter. Wir selber penetrieren euch echt gleichzeitig, halt. Bam, Alter! Safe, mein Freund! Baby, ich kann den Fußpilz sehen, ist ja ekelhaft. Bam, Alter! Kurz zu laden. Ich sehe einen großen Schatten neben mir. Okay, der ist doch noch weiter weg. Hier, friss. Dieser beschissene Baby, Alter! Oh, ich weiß nicht. Das ist das Knie. Oh, ich weiß nicht. Okay. Ich sehe einen großen Schatten, Alter! Hier, das ist das? Ich sehe einen großen Schatten! Ja, ich sehe einen ganzen Schatten! Prozent Eiter so ein Gugu reißt du doch mal zusammen zu Stück Scheiße scheiß das hat sich in uns genommen das Kind kotzen bei so einem inkompetenten mit Partner das inkompetente sei halt die Schnauze ich verpüß mich oh man warum reicht denn das ne verdammte Scheiße hier oh yes verpiss mich mal scheiße blöder fix fisch ok das fand ich so ja holy shit ok 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 kann ich mir so ein Gugu wiederholen nein gar nicht nicht hm 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 fick dich doch ins Knie hier also ok das zockt ein bisschen was ich muss ich muss auf alle Fälle jetzt auf Distanz gehen nein boah fick dich ins Knie rum hm ah oh oh leck alter mach doch keine Angst blöder wichser okay du kriegst das mal mein freund ja holi schätze alle schatten penetriert das ist wichtig ich wollte jetzt keine große hilfe in go geta modus okay 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 Es gab keine Worte dafür, was es. Dranx? Nein, du bist... Das war das Worte. Es ist sehr schön, Vater. Das war das Worte. Die Wormhole wurde verletzt und die Geschichte verändert. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt habe. Ich werde mich nicht mehr zurückkehren. Hey, ich bin schon wieder zurückgekehrt. Ja. Ich bin schon wieder zurückgekehrt. Ich bin schon wieder zurückgekehrt. Du auch. Tschüss. Tschüss. Hey? Ich bin gerade etwas durcheinander. Bedeutet das, dass die... Oder hat er das, hat er nur gesagt, äh... Ähm... So. Jetzt ist es ein完全es Schluss. Danke. Ich habe das so, was du dir vorst. Ich habe das so, was du dir vorst. Ich habe das so, was du vorst. Statt dir zu. Ah, äh... Ah, äh... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. zurück. Das bedeutet ja ergo, dass der Typ weiß ungefähr, was der macht. Also ich spiel das dann komplett in der gleichen Zeit, Dingsbums. Oder täusche ich mich da etwa. So kam das zumindest zu mir rüber. Tuki Tuki. Hm. Das stellt mich gerade von einer Frage. Also muss der Typ ja wissen, was der macht. Alter, die Teams sind so fertig. Hä, war es das schon? Hä? 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 das ist in der fall ging erst oder jetzt ohne witz was jetzt ohne flachs das war's schon ich mache jetzt ich mache jetzt die parallelquests weil die müssen ja auch noch gemacht werden jetzt ohne scheiß okay das komplett okay hier fehlen mir noch welche ich gucke gerade mal durch weil ich habe jetzt wieder neue kurze haufer geht mir auch eher bei dem findet man doch noch was hier hat man da hat er auch zu mir Nur zurück, ich will den Bösen haben. Ich will den Bösen. Oh yeah. Bis egal, der Gegner. Klein, aber stark, okay. Ich seh nur Opfer von mir, ich seh nur Opfer. Okay, die haben Zwiebiken. Oh, Trials, du nirgst. Okay. Okay, aber null Abwehr, die Typen. Okay. Alter, jetzt komm doch mal her. Meine Güte hier. Gut gemacht, du. Gut gemacht. Nimm dir etwas Entsch... Wow, ich bin beeindruckt. Du bist jetzt ein Super Saiyajin. Äh, ein Super Saiyajin. Wow. Okay, Pan ist weg. Hier frös. Opfer. Du bist schon so Gugu, wenn ich die... Den Trunksblatt gemacht, wo bist du dran? Bäm, Alter. Bäm. Wo sind die das Opfer? Achso, der ist schon tot. Hier frös. Kommt noch irgendwas? Oh, Super Saiyajin 3. Und der ist wieder voll. Ah, schlägt mich das mal auf. Na, reicht noch nicht, reicht noch nicht. Aber du kriegst erst mal... Wann, 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 wann. So. Ich muss nur sagen, das ist ein ziemlich großes Ase... äh, areal, was wir hier haben. Hab ich getroffen? Ne, hab ich nicht. Okay, ich komme mal näher ran. Hab ich getroffen? Ne, hab ich nicht. Scheiße. Ich will den... Ich will den Klinger Rako doch nur vergiften. Bäm. Oh, so ein Gugu, du hast doch keine Chance gegen mich. Jetzt hab ich getroffen. Opfer. Äh. Jetzt... Letzt mal ohne Witz. Ich guck das... Ich guck nach der Folge nochmal nach, ob das wirklich alles ist. Ich kann das... Das will in meinen Kopf nicht reingehen, dass das alles gewesen sein soll. Hier frisst. Du schon, dass du sterben wirst? Ist dir schon bewusst, oder? Bro. 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 Hehehe. Ich stand mittendrin, Alter. Oh, das macht mir Spaß. Ja, ich weiß, ich bin der Beste. Ja, ich weiß. Eine Blöde, mit der ich leben muss. So, wir machen nochmal ihn. Wir sind ja heiß drauf, wir sind ja gehypt. Automativer Sergin, äh, ich bin natürlich die automotive Lebensform, ist ja ganz klar. Reiß mir Typen dann mal deinen Arsch auf. Ich bin ein krasser Typ, ein krasser Boy. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied. Äh, ja, ich bin jetzt etwas erstaunt. Okay, lass mich raten. Sie werden auch, die tun sich auch später dann fusionieren. Immer schön, dass wir jeder gehen, ist eh ein Lutscher. So ein Gugu. Du machst dich damit keine Freunde, wenn du da stehst und nichts machst. Alter, was das zieht, halt die Schnauze. Ähm, wie geht er? Es bringt nichts. Du tust dir damit nur selber weh. Denn hier. Oh, so ein Gugu. Oh, Alter, was ist denn los mit dir? Hast du mir doch eine Kino-Rugnis auf die Schnauze gekriegt, oder was? Bro. Oh. Ähm. Okay, da bist du aufs Mal. Okay. 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 Ich hab mal kurz ein bisschen die Key sammeln hier. Ich spiel gerade noch. Wichser. Fusion. Wo müssen wir hin? Hä? Da drüben. Okay. Ich gucke hier da. Okay, der hält schon mehr aus. Okay. Das wird immer das gleiche Opfer. So, wir mal kurz rangehen hier und dann einfach... Gut, vergiftet schon mal. Hier, friss. Na, der Todesball ist schon naiv. Da kannst du irgendwas willst. Ja, jetzt noch kam er mir hinterher. Die Blöderwichser. Hä? Ich hab den noch getroffen. Und jetzt... Ach so. Das ist sein Blocken. Einfach... Einfach darstellen wie Captain America. Das ist das Blocken von denen. Beeindruckend. Hier, friss. So, geht da ran. Hier, der geile Boy. Bäm. Alter, da sitzt. Und es ist noch den hier hinterher. Bäm. Safe. Finishing. Okay, da kommt was. und weiter hat das jetzt irgendwas verändert ist wenn ich einfach sterben würde ich bitte dich hier frisst es ist schon bewusst dass ich war man treffer bitch es ist ein scheiß ernst alter scheiße opo das enttäuscht mich gerade ein bisschen ein alter ich habe gedrückt durch die scheiße okay das ist krass ja hä wo ist denn Kitbu wo ist denn der hin auf immer alter alter ja okay okay es war schon heftig okay es war heftig ich lasse es einfach mal so stehen es war schon krass es war schon krass ich habe es ja geschafft rein theoretisch äh ja ich würde einfach sagen in nächster Folge machen wir die Parallelquests hätten ich guck ich euch jetzt nach es kann doch alles gewesen sind ich bin jetzt echt bitte so ja ich würde sagen wünsche ich einen schönen Tag auch rein leute dann macht es einfach letztes war meine wenigkeit ähm und ja wünsche ich euch einen schönen Tag auch hart rein ne Iraker dann tschüss jäi 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 jäi